Niko Ich stell meinen Japaner ein, das soll dich die ganze Zeit anrufen. Niko spruderst nicht. Du kriegst einen von den Koreanern, die in deinem Keller den Strom bei dir machen, dass er dauert anrufen. Was? Die Koreaner? Klemmchen, weil einfach ein Klemmchen war unter dir. Nein, ich hab Japaner, ich geh nicht mit dem Trend. Ich hab keine Koreaner. Du bist, du wirst nicht in den Trend alles klar. An die Arbeit. Du Minder, warte, das scheiß Geburt, Alter. Nein. Oh. Nikorianer, Alter. Nikorianer. Verpasst dich! Nö. Nö, 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 nö. Mann! Alter, ich hab dich doch. Mann, du auch noch, du. Hab! Rett! Doch, Alter, doch mal stehen, du. Nö. Du auch. Ne. Neffer. Was machst du denn ernsthaft? Läuft und her, dreht sich um. Mann, ich messer euch gleich wieder alle nacheinander weg. Einfach nur, weil ich's kann. Jetzt hab ich ja noch extra ein Schnellmesser, Messer. Du bist der Fotze, ich bin wieder an. Alter, ich hab schon die Anfangswaffe. Deine Mulla hat die Anfangswaffe. Alter. Alter. Ey, ich hab die verdammte Anfangswaffe immer noch. Alter, ich hab uns gewischt. Hab BIS DICH! Ja, man hat mich doch ungeliebt, bevor ich mich geneift hat. Boah, der Executioner ist so schlecht. Ist echt schlecht. Wieso stirbt der denn nicht? Mann! Warum messerst du mich eigentlich immer, wenn ich dich volltreffe? Weil ich keine Muni mehr hatte. Noch ein Problem. Ja, er hat mich gemessert. Boah, Zeddy. Alter. Alter! 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 Hallo! Hallo? Hallo? Oseite, wenn alle, ich bin nicht so einsam. Alter! In den Hauptalter! Abgerätstattt. Barwelta! Was denn? Boah, ich schwitzig auch. Alter, ich komm diese Waffe nicht mehr runter, ne? Niko, bei welcher Waffe hängst du, Niko? Die zweite Schrotze, die so schlecht. Boah, kommt er wieder um die Ecke gerusht mit seinem... Boah, Alter, Alter. Boah, ey, Alter. Warum kill ich dich eigentlich nicht mit der Kotz-Waffe, weißt du? Alter, weißt du, ich kipp ihn noch bei der Execution, aber ich komm von der nicht runter. Alter, Hauptsache, komm, komm um die Ecke, um die Ecke. Boah, leck mich, Alter, ich kippe langsam, ja. Ah, weg mit dir. Niko, du scheiß Sprayer, Alter. Ich bin ein hässliches Ding hier. Alter, auf die Waffe triffst du nicht, auf die Fallen triffst du nicht mal. Boah, John, ernsthaft, weißt du, Bunny hoppt hier links, rechts, blau, grün. Ich habe einen Laser und ich treff dich nicht. Das kann doch nicht sein. Ecke, passt hier immer so viele Schüsse und... Ich hab einfach mehr Leben als ich. Lass mal an und sein Leben halten. Boah, Alter, das ist die Autosniper. Boah, piss dich, Alter. Du bist so ein Mongo. Ich hätte ihn grad gekillt. Ja, sorry, musste man sein. Piss dich. Nein, ich hätte dich vorhin noch getötet. Was? Joa, ja. Niko, 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 Niko. Nein, Alter, ich geh Sniper, be nice. Be nice, man. Die Bierschaukel, ey. Alter. Endlich von dieser Augen weg. Ja, denkst du auf, Leute. Da denkst du auf, Leute. Ja, denkst du auf, Leute. Piss dich. Wie nennen wir uns die Bierschaukelkinder? Die Bierschaukelkinder. Ne, die verpiss dich. Verpiss dich. Die will ich doch nur messern. Hast du denn was gegen mich? Set dich wieder bei TREX. Bazooka? Alter. Alle mal Steadie-Nifen. Ja, der ist eh kacke. Wer hat denn da schon wieder eine Bazooka am Start? Ich. John. HÄH, wie nirn der hätte ich? Alter, dieser Engine. Heute geht das auf den Sack. Deine Mutter ist ein Engine. Deine Mutter ist ein Engine. Alles klar. Deine Mutter ist ein Engine von Pödergang. Du hast gelernt. Hauptsache. Du Minderwerts. Du Minderwerts. Kacke. Als ob man nicht stirbt, wenn ich dieses Ding direkt vor einen schieße. Nee, nee. BAM! Du könntest einer Mutter was vor einen schießen. Was geht bei dir schief, Nico? Was? Oh, ja. Ja. Nix. Alter! Evo, was geht bei dir? Guck nicht mal um die Ecke. Ballert mich einfach mal weg. Optisch doch gesehen, Kleiner. Boah, Alter. Ernsthaft. Ey, wo seid ihr denn? Wo sind meine Hände? Wo sind meine Hände? Wo sind meine Hände? Aua. Jetzt fragen sie sich. Ich hab's denn Kinder auch immer. Wo sind meine Hände? Fick dich. Also du fahr den. Gut, immerhin hat der Waffe nicht mehr Wasser. Nein! Boah und Can knifet halt mal den letzten mal. Ja. Ich komm mit der Huren Waffen nicht mehr runter. Ja. Steig halt ab. Ja, mit dem Griff, Alter. Kommst du auch nicht mehr runter. So, jetzt Last Kill. Meine Mutter hat einen Last Kill, Alter. Nix mit Last Kill. Jetzt stirb doch. Mh, Mann. Nicht schon wieder. Wieso? Boah. Das frag ich mich, das frag ich mich auch immer. Boah. Boah. Warum steh ich denn in der Mitte vor uns allen? Nein, der Sekunde ist gleich. Was mich schon wieder gemessen hat. Boah, Alter. Und töten? Sicher? Ja, ich hab dein Kopfklatsch. Was? Du hörst auf seinen Kopfklatsch. Das ist schlimmer als töten. Auf den Kopfklatsch. Einen Kacken hast du schon verstanden. Boah. Mach nochmal gescheite Kills. Wie langweilig war der bitte? Echt nicht langweilig. Mega lame. Jan schämt dich. Wie langweilig. Ja, Jan wollte nur gewinnen, der Kack. Richtig schlecht. Boah, in Fuß, Alter. Als ob noch jemand stirbt. Doch. Das Knie. Minderwertig. 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 �